Mir hat es sehr gut gefallen. Das ist eine Veranstaltung, die unterschiedliche Departementen und Ressorts zusammenbringt und die den Austausch von Dozierenden, aber auch Prüfungs- und Lehrverantwortlichen ermöglicht. Ich bin interessiert an diesen verschiedenen Lehre- und Lernformen. Ich bin seit drei Monaten hier an der ZAW tätig. Ich habe aber schon Erfahrung im pädagogischen Bereich und jetzt bin ich sehr neugierig, was ein State-of-the-art ist an den Fachhochschulen. Collaborative Online International Learning. Das ist eine Kollaboration zwischen mindestens zwei Hochschulen, wo Studierende in selbstgesteuerten Teams miteinander arbeiten. Aber es ist gleichzeitig natürlich auch eine Kollaboration zwischen den Coaches, die uns COIL betreuen. Also ich bin echt begeistert von COIL. Ich habe das jetzt zweimal durchgeführt und muss wirklich sagen, dass es ein Konzept, das bei den Studenten anguckt, was auch für mich in meiner Arbeit auch als Dozentin enorm bereichernd ist und was ich nur jedem empfehlen kann, das mal anzusehen und auch für sich zu prüfen, was es da für Umsetzungsmöglichkeiten gibt.